So Leute, alle guten Dinge sind drei, wir versuchen es hier einfach nochmal, schauen wir gleich mal, ob es jetzt klappt, und äh, es klappt Leute, jetzt ziehen wir es einfach mal durch, würde ich sagen, bevor wir eben hier die ganze Zeit nur schwar machen, würde ich sagen, mache einfach mal ein 1 gegen 1 hier, hatte ich lange nicht mehr, gerade einfach jetzt mal wirklich so einen Online-Kampf, ich schreibe, wie gesagt, hier in die Kommentare, schaut es euch einfach an, ich weiß, es ist nicht so ganz ideal, wie ich das hier mache, gerade, weil, Problem ist, direkt über YouTube darf man erst streamen mit 1000 Abonnenten, und da haben wir noch ein kleines Stückchen, also wenn du den Livestream sehen möchtest, wir haben noch nur Zuschauer, schon ein bisschen traurig, aber egal, wir machen einfach hier mal den Online-Kampf, wenn ich mich einfach mal wieder mit anderen Spielern messen möchte, schreibt wirklich gerne in die Kommentare, ich lese dir auch, wie gesagt, im Handy, was nebenan ist, und da würde ich sagen, auf geht's, oder? Und Luca live schreibt, hallo, schreibe gleich zurück, wie gesagt, schreibt gerne Kommentare, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euer FIFA Mobile Ranking aktuell, äh, ach du Scheiße, ich bin hier gerade richtig, ach du Scheiße, ich bin hier ganz klar ausleitert im Spiel, und von daher wird's jetzt auch schwer hier werden, jetzt, wir spielen mal rüber, auf den Serge Gnabry, der, mein Handy ist übelst heiß schon gerade, ach du Scheiße, dafür brenne ich mir fast die Finger, obwohl's eigentlich relativ neu ist, und jetzt hier, verliehen wir gleich den Zweikampf, okay, äh, Luca live schreibt, kann nicht lange da sein, bin im Urlaub, und bin mit mobilen Daten, das ist natürlich bitter, dann, wie gesagt, macht's für nix aus, jetzt hier, Bakambu kommt, über die Seite, Leute, Verteidigung, nein, Leute, und ich liege 1-0 hinten, das ist natürlich jetzt, äh, schon mal gleich hier ein Fehlstart, Leute, ja, ja, kritisch, würde ich sagen, das ist natürlich nicht so geil, aber wir geben hier einfach nicht auf, ich merke natürlich schon, über YouTube zu streamen, ist aktuell ziemlich scheiße, weil YouTube Gaming, die einfach runtergenommen hat, und man einfach nur direkt über YouTube streamen kann, aber damit brauchst du 1.000 Abonnenten, und an die kleineren YouTube-Kanale denkt natürlich YouTube wieder nicht, deshalb, ich hab Casemiro für, oh, Luca zockt, hat hier Casemiro gekauft, ist natürlich schon eine geile Sache, ich hab leider nicht so viel Geld, wichtig ist, dass wir hier erstmal irgendwie ein Spiel reinfinden, jetzt der Hakimi, über Serge Gnabry, der wahrscheinlich Bayern geht davon aus, im nächsten Jahr und prägen wird, ich hoffe, dass Coman und Gnabry jetzt so eine, also wirklich so ein Flügelspieler werden, wie es Robben und Ribery viele Jahre waren, der Freistoß kommt jetzt hier nicht so an, das kann ich, ich muss halt mehr irgendwie in den Angriff gehen, weil sonst hab ich überhaupt keine Chance, jetzt hier auf Ertonken, und da kommt gleich der Fehlpass im Spielaufbau, Ertonken kann sein Fehler retten, der Schuss kommt, und kein Problem für Kepa Arisabalaga von Chelsea London, dann jetzt hier Thomas Müller, auf Robert Lewandowski, doch ich komm einfach nicht durch die Abwehr, ist das Problem, jetzt vielleicht, wenn ich hier Gnabry über die Seiten schick, Gnabry, jetzt zieh an, Gnabry, zieh an, vielleicht bring ihn in die Mitte, der Ball kommt rein in die Mitte, zu Thomas Müller, Thomas Müller geht leider nicht in den Zweikampf rein, Leute, was ist hier los, jetzt kommt wieder der Gegenkonto von diesem Spieler, der wahrscheinlich gar nicht weiß, dass er gerade im Livestream ist, auf YouTube, ach du Scheiß, Leute, deshalb wichtig, dass ich hier auf den Ball komm, jetzt hier, wir haben gerade mal einen Zuschauer, es ist noch ein bisschen schwierig, hier Zuschauer zu finden, vielleicht kommt er aus dem Laufe des Streams, jetzt der nächste Torschuss, und Kepa Arisabalaga, Leute, klasse Tat, und wir können hier, ey, Leute, ich komme überhaupt nicht ins Spiel rein, ich habe überhaupt keinen, und Marv Gaming Star, hi, wie geht's, was hast du eigentlich du für eine Gesamtwerte, und jetzt hier zwei Zuschauer, wir steigen uns langsam, wundert euch nicht, dass die Kommentare nicht auf dem Livestream zu sehen sind, weil ich in dieser neuen Livestream App, kann ich die Kommentare nicht anzeigen lassen, deswegen muss ich sie lesen, über mein altes Handy, was, ja, ausgedient hat, sag ich jetzt mal, jetzt Fabino, Leute, das sind Fehlpässe über Fehlpässe, jetzt hier Iwobi und Gaia, 103, okay, jetzt ist es deutlich besser als meine 100, äh, als meine 91, und ich komme, Leute, ich habe überhaupt keine Chance, jetzt hier, ach komm, dann geht halt entgegen Del Piero, und wieder Kepa Arisabalaga, rett uns hier, ziemlich gut, aber, solange wir halt nicht mal überhaupt, und hier, Kepa wieder, gute Parade, hier wirklich langsam eine One-Man-Show, von Arisabalaga, und wir, wir müssen irgendwie mal den Ball, bis jetzt kommen wir es hier, jetzt hier vielleicht mal über Gaia, oder, ja, jetzt, aber jetzt ist Lewandowski allein auf weiten Flur, und er wird hier umgesetzt, jetzt vielleicht mal, können wir vielleicht mal hier einen Spielaufbau machen, ist die Frage, Fabino, und wir bleiben einfach, wir bleiben halt, wie die ganze Zeit hängen jetzt Bailey, Leute, was ist hier los, Leute, nein, 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 und es ist wieder geblockt, aber es bringt uns halt einfach, nix, jetzt kommt hier die Ecke rein, Kopfball-Duell, und wieder Kepa, was ist denn mit der Maschine hier los, unglaublich, was Kepa hier alles hält, und wir, uff, Leute, Leute, die nächste Ecke, ist es wieder Ecke, ey, wir kommen überhaupt, wir haben überhaupt keine Chance, es ist, schlimm, jetzt vielleicht mal, wenn wir jetzt hier kontern könnten, und er bleibt hängen, Leute, ey, es ist schlimm, es geht nix, jetzt vielleicht, Konzentration, schick ihn, und Knabry kann nicht mal den Ball annehmen, jetzt aber, Leute, jetzt Thomas Müller, Leute, bring ihn rüber, und Leute, so unverdient, jetzt hier, Leute, was sagt ihr dazu, Leute, es ist unglaublich, die erste Schale für mich, er hat jetzt die ganze Zeit, die Schale, jetzt müssen wir aber hier durchhalten, Leute, es wird trotzdem ein harter Kampf werden, Frank, Ribery, wir schießen einfach nach vorne, würde ich sagen, weil wir versuchen, irgendwie das Unentschieden festzuhalten, und stellen jetzt einfach in rein, komm, Schiri, pfeif ab, mit dem Unentschieden kann ich leben, jetzt nochmal der Angriff, vielleicht können wir auch nochmal Akzente setzen, hier auf, jetzt Ribery, vielleicht, Leute, schaffen wir jetzt endlich noch das Wunder und Drehen des Spiel, Leute, Flanke kommt, ja, aber nicht rein, pfeif ab, jawohl, Leute, und was soll man dazu sagen, wirklich relativ unverdienter Sieg, muss man sagen, aber, Marf Gaming, versuch mal, wenn der Gegner ist, nur zwei Verteidiger drücken, und sprint zwei, ja, also wie ich, nur zweitens, das muss ich mal testen, also Leute, 1 zu 9 Torschüsse, der wird bestimmt ein bisschen angepisst sein, aber, oh, was haben wir jetzt geschafft, ah, du bist aufgestiegen, in Pro 1, ja, Leute, klingt ja geil, wir sind einfach mal aufgestiegen, kriegen wir jetzt auch was Geiles vielleicht, ja, gut, so, okay, passt, dann, Leute, ah, ich wollte jetzt hier nicht gerade drauf kommen, ihr könnt euch mein Team anschauen, was ihr so empfiehlt, was ich für Spieler kaufen soll, aber mit der hier, die Schwachstelle natürlich definitiv Geier, vielleicht könnten wir da irgendwie einen besseren einbauen, aber ich würde sagen, wir gehen natürlich erst, was könnten wir spielen, wir könnten sich jetzt mal versuchen, nach der guten Leistung, also das heißt, gut, wir sind eigentlich nur einmal vor das Tor gekommen, vielleicht jetzt in der Kampagne, die Atletico Madrid zu besiegen, mal schauen, geht das vielleicht, weil da würden wir auch 150 Gems kriegen, und ein bisschen Kohle beim Sieg gegen Atletico, ja, das können wir danach machen, würde ich sagen, Math Gaming, da schauen wir einfach mal auf die Schatzspielersuche, und schauen, was wir dafür Spieler kriegen, jetzt auf jeden Fall hier, mit den Jahntrikots, finde ich richtig edel, heute gegen den VW Bochum Einsatz, nichtsdestotrotz wird es hier, sowohl für den Jahntrikot gegen Bochum, als für mich gegen Atletico, eine sehr schwere Aufgabe, für mich wahrscheinlich noch schwieriger, hier jetzt Lewandowski, Frank, G, jawohl, Frank Ribery, ist noch hier im Fisch, na, das war jetzt nicht so geil gemacht, so Leute, jetzt müssen wir aufpassen, Saul Nigo S kommt, wer Tonken passt hier gut auf, jetzt ist der Gegenangriff, schickt den Stahlpass, ach komm, der kommt nicht mal an, nein, ey Leute Leute, Leute Leute, Kaloo 92 kostet, ja, das können wir echt schauen, aber bei einer 91 ist mein Team, natürlich aktuell ziemlich scheiße, jetzt Lewandowski, gehe ins Duell gegen Diego Godin, jetzt vielleicht, legt der hin, Müller, und wird geblockt, also, ja egal, wie gesagt, danach schaut einfach mal auf den Ban Die�se, und schickt den Markt, was es für billige Schatzsuchespieler gibt, jetzt hier Bayley, im Zweikampf macht es gut, wir müssen natürlich zwei Tore schießen, Jetzt, hier Ribéry. Jetzt nehmen wir Geschwindigkeit aus. Ribéry gegen Hurenfran. Ja, und der bleibt an Hurenfran. Hängt auch wieder in der Ecke. Wobei, Eck natürlich, in vielmehr, wobei 20 der Kaminorin dann ziemlich scheiße sind. Leute, Lewandowski, ja. Und jetzt Müller. Müller wird geblockt. Und Fallrückzieherversuch. Ja, natürlich, da hängen geblieben. Zeitlich haben wir natürlich Probleme. Vor allem, wenn Atletico das dritte macht. Aber ich muss auf zwei Verteidiger. Ach, du Scheiergut. Und der schießt daneben, Leute. Ah, genau, weil, also, soll ich quasi, im Afgame soll ich dann quasi im Team nur Schatzkartenspieler machen, oder wie? Jetzt hier, Thomas Müller. Jetzt, Saul, komm, auf geht's. Fabino. Gnabry, Leute. Es wird jetzt Zeit für ein anderes Treffer. Gnabry im Duell gegen Diego Goddini. Leben in der Atletico-Legende. Flanke bringt es hier. Ach, komm, das ist doch kein... Was ist das für eine Flanke, Leute? So, nach dem Spiel, egal, wie es ausgeht, würde ich sagen, schau einfach mal auf den Transfermarkt vor, zumal, wie jetzt die Zeit drängt. Jetzt hier Bayley ist zu langsam. Und Leute, jetzt hängt alles von Kepa ab. Und Kepa, keine Ahnung, der denkt einfach mal, bleib ich auf der Linie stehen, weil es wird ja leichter, wenn ich auf der Linie stehe, weil dann kann der Gegner ja gar nicht das Tor treffen. Wenn er dann bis auf zwei Meter aus dem Tor ran kann, ja, machen wir das so ganz stark, Kepa. Jetzt Diego Costa, Leute, das wird hier nix mehr. Wer Tonken? Ich bräuchte echt ein Wunder, Leute. Wunder gibt es nicht so, wie jetzt Lewandowski. Steilpass. Jetzt bitte GV... Ey, der bleibt wieder hängen, Leute. Was, also, ganz ehrlich, ich hab ein Scheiß-Team. Kann es sein, Leute, dass ein Team einfach nur scheiße ist? Jetzt, hier, komm, bitte, Hakimi, zeig mir, was du drauf hast. Müller. Kamacho, Lewandowski. Lewandowski, geh durch. Ach, komm, geh halt durch, Lewandowski. Ey, ich hab ein Scheiß-Drecksteam. Es ist unglaublich. Mit dem Team, ich sag gleich, FIFA Mobile 19 werde ich diese Saison vergessen können noch. Weil, ganz ehrlich, dem Team geht ja nix los. Die Spieler sind langsam Müller, mein bester, bleibt auch hängen. Müller ist halt mein bester Spieler von dem Rating her und alles. Und kann ich trotzdem überhaupt nicht durchsetzen. Es ist schon scheiße. Und hinten in der Abwehr. Ja, Leute, ich muss... Ja, das war natürlich jetzt schon enttäuscht. Deswegen würde ich sagen, ich schau jetzt einfach auf den Transfermarkt. So. Scheiße, Leute, scheiße. Das ist ja kacke. Mein Team ist... Ich verstehe. Jetzt würde ich sagen, suchen wir mal hier. Kann ich auch irgendwo ein Programm... Ach, du Scheiß. Schatzsuche... Ähm... Event und... Wobei, ich nehme ja vielleicht zweimal Schatzsuche. Jawohl. Jetzt sagen wir mal, was es für Schatzsuche-Spieler gibt. Günstig ist wichtig. Deswegen, wir schauen... Geben wir mal Preis ein. Ich hab... Wir wollen... Wir schauen einfach, was für 5.000 erstmal so drin ist. Oh, Leute. Schauen wir mal, was für 5.000 drin ist. Okay. Und dann... Das lohnt sich übel für den Offland. Okay. Dann, Leute, würde ich sagen, schauen wir mal. Also, wir brauchen Spiele mit einer 90. Jetzt schauen wir gleich mal. Okay. Das sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Ähm... Mh... 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 Die Frage ist, was brauche ich für Spieler? Hier vielleicht... Also, so ZM wäre auch nicht schlecht. Schauen wir mal mein Team an, Leute. Stürmer, 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 unbedingt. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt einfach mal einen Stürmer. Den brauchen wir unabhängig. Ähm... Also, ja... Suchen wir... Ja, Position. Dann gehen wir mal hier Stürmer. Und wir wollen es natürlich möglichst günstig haben. Vielleicht finden wir was unter 400.000 einfach mal. Wäre natürlich geil, weil dann könnten wir natürlich möglichst viele holen. Mh... Der für 311.000 wäre natürlich schon geil, sag ich jetzt mal. Dann schauen wir mal, ob es das unter 300.000 gibt, weil je günstiger, desto mehr Spieler kann. Wie gesagt, das holen 300.000 wäre natürlich echt ein Schnäppchen, Leute. Ja, ist... Mh... Das reicht noch nicht. Dann vielleicht 320 wäre natürlich auch noch ein geiles Angebot. Und dann, Leute, blub, blub, blub. Und 320. Wobei, ich hätte eigentlich gerne den für 92, muss ich sagen. Weil 91 ist halt trotzdem wieder nicht so krass. 350, Leute. Bin ich auch noch bereit zu halten. Aber jetzt möchte ich einen 92er haben hier. Jawohl, nehmen wir einfach den mit. Wie gesagt, 320.000 für den. Und dann können wir einfach mal schauen, ähm, ob die vielleicht auch noch paar Verteidiger haben, würde ich sagen. Schreiben wir mal rein. Okay, bei Verteidigern sieht es nicht so gut aus. Dann könnt ihr hier mal 500.000 investieren, weil Gaia möchte ich natürlich gerne los haben. Da mache ich auch kein Hehl draus. Mh... Mh... Scheiße. Dann würde ich sagen, für einen guten Verteidiger kann man auch mal 700.000 Coins zahlen. Wobei natürlich dann schon meine Kohle fast wieder aus ist. Okay, Sané wäre natürlich geil. Mh... Dann gehe ich mal auf Position. Einfach mal, äh... Innenverteidiger. Äh... Okay, und dann wir schauen preislich, ob das vielleicht auch für 650.000 geht. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Sieht gut aus. Vielleicht geht es auch unter 600.000. Natürlich noch besser. Dann 600.000... 550.000. Ich nehme jetzt hier wirklich einfach den günstigsten. Wir gehen auf 550.000. Weil manche machen es natürlich einfach so, die kaufen einfach den nächstbesten, den sie sehen. Maximal... Ah, jetzt... Ich lese da die Kommentare erst jetzt. Okay, ähm... Dann schauen wir gleich mal, wer ist groß. Warte mal kurz, schau mal. Ist der hier groß? Äh, der hat Zweikampf, 103. Ist natürlich geil. Kopfball, 103. Jetzt können wir mal den mit hier Feuth vergleichen. Der hat Grätsch, 103. Der ist... Mh... Also würdest du eher Feuth nehmen? Oder... Ball Buena? Ah, nochmal auf den Spieler tippen. Ah, okay. Danke, danke, danke. Äh... Schauen wir mal. Kopf, 108. Und wo sehe ich jetzt hier die Größe, wenn ich fragen darf? Passen, schießen, Tempohäglichkeit, Füßes. Kopfball. Und kurze Frage, wo sehe ich jetzt hier genau die Größe, ist die Frage. Unter Eigenschaften. Leute, bin ich jetzt dumm, oder? Ah, hier. Ah, okay. 1,88 ist der. Feuth ist... 1,87. Aber ich glaube, dann vielleicht... Lässt ich lieber, ähm... Ja, vielleicht, dass ich dann vielleicht sogar eher Sané nehme. Weil der ist, äh... Größer, glaube ich, von Schalke. Der ist relativ groß. Szeniger Lese. Vielleicht ist es dann trotzdem eher Dene. Schauen wir mal, was der für eine... Ob ich mich jetzt nicht irre. Der ist 1,96. Dann würde ich fast D nehmen, oder? Dann schauen wir mal, ob wir den vielleicht noch ein bisschen günstiger kriegen. Danke für den Tipp, weil ich stimme schon diese großen, wuchtigen Verteidiger. Das ist, ja... Uh, da muss natürlich einiges zahlen, aber... Für einen guten Verteidiger, Leute. 680 wäre schon geil, wenn ich den... Ja, gut. 665.000. Ja, gut. Dann schauen wir mal, mein Team, ob da führt vielleicht von der Gesamtstärke her, was geht? Ich habe noch 227.000, dann können wir jetzt schauen... Jawohl, jawohl. Perfekt. Das Einzige, was jetzt noch nicht so in die Chemie passt, ist... Ich bräuchte noch einen Linksverteidiger eigentlich. System und ich brauche ZDM, Leute. Ich brauche unbedingt ein ZDM. Schauen wir mal. So. Positions-ZDM, Leute. Und dann... Mh... Das machen wir mindestens... Machen wir mal mindestens 88. Wobei, wir haben halt, wie gesagt, nicht mehr so viel Geld. Wir haben noch 250.000. Damit werden wir wahrscheinlich nicht so... Schade, dass wir Party nicht kriegen. Vielleicht dann verkaufen wir schnell ein paar Spieler einfach. Oh, wer Tonken ist einiges wert. Soll ich wer Tonken verkaufen, ist die Frage. Ich muss schauen, ob ich wer Tonken verkaufen soll. Wer ist mein zweiter Innenverteidiger? Ich habe Sané und Bailey. Wobei, die Frage ist, wäre nicht eigentlich wer Tonken sogar besser? Weil ich finde, wer Tonken ist für mich besser. Jetzt ist die Frage, äh... Wie ich es dann mit dem Verkaufen natürlich mache. Schauen wir mal in die Kommentare. Party, okay. Party soll ich nehmen. Ähm, aktualisieren. Leute, da muss ich halt so einfach ein Spieler verkaufen. Der ist wahrscheinlich nix wert. Ja, habe ich befürchtet. Soll ich Kramis verkaufen, ist die Frage. Wobei... Mh... Brand... Der ist auch nix wert. Ist Florenzi was wert? Ah, scheiße. Die sind allen nix wert. Javi auch nix. Süle. Ja, versuche ich mal für Süle. Ja, ich verkaufe da immer mal Süle. Problem ist, ich habe nicht mal 250.000 ist das Problem. Aber kaufe ich einfach noch... Ja... Merkt schon, die sind allen nix wert. Ach, 19.000, Leute. Näh... Hier Rogani kann ich vielleicht noch irgendwie verscherbeln, ah ja, gut, Wagner ist eine 76, der ist nix wert, nix wert, Kampel vielleicht, ne, mir wird so eine wie Huren, ah, uh, Huren fragt natürlich noch einiges wert, dann biete ich den einfach an, vielleicht kriege er noch ein bisschen Kohle dadurch, einmal auf aktualisieren. Ich würde sagen, wir öffnen in der Zwischenzeit einfach mal ein paar Packs, können wir machen, hier können wir mal abrufen, jawohl, da ziehen wir jetzt leider nur Scheiße, oder, der werden wir, ja gut, ich muss einfach warten und hoff, dass, ähm, mit dem Verkauf jetzt noch was vorangeht, und wir können einfach mal schauen, ich habe noch ein paar, ähm, Saison-Pack, habe ich, warte mal kurz, Marv Gaming unter anderem, Tö, tö, Schauen wir mal, äh, Währungen, ne, Sets, so, hier müsste ich noch was Schönes haben, erst mal das Gratis-Set, wo eigentlich eh nur Scheiße drin ist, So, Leute, und ich, ja, aber ich habe was verkauft, ich hoffe, dass es der jetzt für über 100k war, Jawohl, Und dann noch hier, das Saison-Pack, Das letzte, was ich öffnen kann, weil dann ist es Marv Gaming, ich werde definitiv auch eine eigene Liga machen, FIFA, ich werde dich dann informieren, Äh, vor allem, ähm, Ich habe einen neuen Insta-Account, Den kann ich gleich mal reinschreiben, Leute, FM, Den könnt ihr dann vielleicht folgen, ich weiß nicht, hast du Instagram, Marv Gaming, So heiße ich neuerdings auf Insta, Genau, Das wäre natürlich schön, wenn ihr mich abonniert, Dann schauen wir mal, wie wir verkauft haben, Wir haben hier Rugani, Und haben jetzt 313.000, Geht vielleicht für 313.000, Was wäre natürlich Nice, Ja, da haben wir jetzt diesen El Nini, Aber ich möchte ja eigentlich, ähm, Party, Ja, Scheiße, So, dann, äh, 90, Leute, Die Frage ist, Ab wann, was kostet In dieser Party regulär, Weil, natürlich, vom Geld her, Sieht es bei mir aktuell scheiße aus, Ja, das wird teuer, Leute, Leute, das wird teuer, Da werde ich noch ein bisschen was verkaufen müssen, Was, jetzt war er grad da, Suchen nochmal, Ne, Jetzt war wieder nicht der, Scheiße, Die Frage ist, Soll ich Rames verkaufen, Weil halt trotz noch eher so, Ein wertvoller Spieler von mir, Florenzi, Ja, der war nix wert, Ist der vielleicht was wert? Ne, Leute, Ein Opfer, Ich jetzt einfach James, Mein schöner James, Ja, Ciao, Sorry, Und wir können, Daweil, Eigentlich, Noch eine Runde, Eins gegen eins spielen, Oder? Nimm Lärmer, Soll ich nehmen, Jetzt hab ich euch den schon verkauft, Den Dude, Ja, Leute, Ich mach trotzdem, Einfach schnell hier mal, Eins gegen eins, So, Geschwind, Ja, Gut, Den nehm ich schon, Dann warte, Einfach hoff, Dass ich jetzt irgendwie Rames, Oder den anderen Dude verkaufe, Und dann könnte ich, Dann einfach spielen, Also, Marv Gaming, Hast du eigentlich Instagram, Weil, Das war natürlich, Auch, Und wenn ja, Kannst du mal die Kontakte schreiben, Wie du heißt, Wir machen auf jeden Fall, Spiel gegen den nächsten Gegner, Hoffentlich hat er, Bisschen, Niedrigeres Rating, Schauen wir gleich mal, Ich bin mit einer 92er und 119er Chemie, Natürlich okay, Und mein Gegner mit einer 76, Ja, Ey, Leute, Da muss echt ein Sieg her, Hier sieht man gleich, Ich bin, Klar, Favorit in dem Game, Und da darf eigentlich auch nichts schief gehen, So Leute, Jetzt ist Serge Gnabry, Jetzt habe ich echt einen Gegner, Den ich schlagen muss, Schickt hier, Hakimi, Flanke, Bring die Flanke rein, Auf, Ja, Und, Hier im Tor des Kams, Den kenne ich nicht mal, Leute, Und ich darf mich hier echt, Also, Wenn ich das Spiel verliere, Dann, Leute, So, Warte, Ich drehe mal schnell meinen Bildschirm, Leeren, Und ich merke schon, Der hat überhaupt keine Chance, Leute, Der ist überfordert, Und hier wird geblockt, Jetzt Gnabry, Komm, Kopfball, Ich würde sagen, Wir gehen mal auf Angriff, Sané, Oh, Das hier, Das merkt schon, Sané, Das ist hier ein richtiger Schrank, Jetzt Frank Ribéry, Komm, Ich darf echt, Hier muss, Hier zählt nur ein Sieg, Leute, Lewandowski, Komm, Jawohl, 1-0, Keine, Keine, Schreiben, Schreib mal, Danke, Ja, Aber hier, Eiskalt, Leer, Dost, Gehaut in die Maschen, Und ja, Ist natürlich, Die Scham, Schas los, Jetzt wollen wir natürlich gleich weiterlegen, Mit meiner veränderten Elf, Jetzt hier vom Gegner, Der versuchte irgendwas auszurichten, Kommt jetzt mal über den Flügel, Da haben wir natürlich, Ich muss auch bedenken, Im letzten Spiel war ich ja auch der Außenseiter, Und habe trotzdem unentschieden geholt, Das heißt, Dasselbe kann mir passieren, Wenn ich nicht so gut aufpasse, Müller, Santander, Leute, Jetzt passt auf, Ey, Wenn ich jetzt hier noch drei, Scribes mit dem Dislike, Mit Scribes hatte ich ja ein Beef gehabt, Leider, Also von daher, Achtung, Hier ist die Chance, Aber Keeper, Wie im ersten Spiel, Scribes, Wir könnten es ja vielleicht mal wieder, Zur Abwechslung vertragen, Weil, So schlechter Designer bist du eigentlich gar nicht mal, Jetzt auf jeden Fall, Unabhängig von dem Beef, Fabino, Und man merkt einfach, Mir fehlte diese Spielpraxis, Und, Ja, Jetzt kommt hier Sané, Der Schrank in der Abwehr hält sich, Ich bräuchte das 2-0, Weil beim 2-0 wäre der echt, Da wäre der, Da wäre es für den vorbei, Fabino, Meine Schwachstelle, So jetzt hier, Serge Gnabry, Komm, Zieh an Junge, Zieh an, Und bring die Flanke rein, Ja, Da ist hier das Gams, Und hier Scribes, Wir haben uns wieder vertragen, Offiziell schreibt, Okay, Wollen wir Scribes, Dass die FM Community, Spätestens FIFA 20, Mobile 20, Wieder in Ordnung ist, Jetzt, Hier, Verbindung abgebrochen, Ey, Komm, Wenn der jetzt ernsthaft aufgegeben hat, Nur weil er verliert, Das wäre schon, Amselig, Wir können jetzt ja eh nichts anderes, Als warten, Leute, Warten, Ey, Komm, Leute, Was ist jetzt hier los, Okay, Zweite Halbzeit, Er ist anscheinend doch wieder zurückgekommen, Oh, Marco Reus, Das Fußballjahres 2019, Okay, Von Marco Reus, Hat man der Champions League viel gesehen, Muss man sagen, So, Aber jetzt, Natürlich, In der Bundesliga war Reus natürlich gut, Aber international, Konnte er leider auch nicht so viele Akzente setzen, Nur mal so, Zur Info, Wobei, Er hätte eigentlich keinen deutscher Fußballer verdient, So wirklich, So, Jetzt, Aber Lewandowski, Konzentrieren Sie lieber auf das Match, Lewandowski, Lewandowski, Der dreht sich ja richtig schön, Und ich versuche es mir mit einem Distanzschuss, Und der geht knapp am Tor von Discourse vorbei, Jetzt hier Abstoß, Und mein Gegner, Ich lasse meinen Gegner natürlich da noch immer, Noch am Leben, Er traut sich gar nicht einen Abstoß zu machen, So, Komm, Jetzt echt nicht nachlassen, Wir brauchen noch ein Tor, Leute, Ist eh peinlich, Wie ich da eigentlich spiele, Vor ein paar Monaten, Da hätte ich mir das nicht erlauben können, Gegen den 76er, So zu spielen, In einem 91er Team, Ey, Jungs, Leute, Jawohl, Jetzt sehr schnapp, Jetzt komm, Gib mal Gummi, Leute, Lewandowski, Jetzt, Schau mal, Du bist doch hier eher am schnellsten, Du kannst den Lewandowski, Ey, Der ist so fett, Süle, Aber das, Und jawohl, Jetzt Fabino, Der eigentlich bald aufgewechselt wird, Hier, Wahrscheinlich durch Party, Oder einen anderen, Also von daher, Das 2-0, Natürlich schön, Es macht Fabino gut, Lewandowski passt, Und dann findet er den Winkel, Und natürlich, Deskroms mit seinem, Naja, Jetzt Mittelniveau, Hält er ihn natürlich nicht, Ich bedanke mich wieder, Beim Gegner, Ganz freundlich, Oh, Und dann ist das Problem, So Leute, Jetzt, Jawohl, Harkimi, Jetzt, Muss ich schnell gehen, Über Lewandowski, Im Duell mit, All, Abit, Von dem ich auch noch nie was gönne, Und ich kenne eigentlich schon einige, Fußballspieler, Hier geht er vorbei, Wird geblockt, Und jetzt hier, Letzte Chance, Letzter Angriff hier, Und damit wird gleich der Schlusspfiff ertönen, Leistner, Und jawohl Leute, Gut gespielt, Ganz gute Leistung, Oh, Jetzt seht ihr gleich mal, Wie ich meinen läd, So, Dann ist es vorbei, Wir haben natürlich gewonnen, Der Gegner war erwartungsgemäß, Chancenlos, Und jetzt Leute, Können wir jetzt gleich gleich, Auf den Transfermarkt zu schauen, Und Fake Joel, Fifa Star High, Also ich merke schon, In meinem Livestreamer, In meinem Comeback, Es ist schwierig, Weil meine Abonnenten, Glaube ich, Nicht mehr mit so mit mir rechnen, Und die Uhrzeit, Ist natürlich, Auch nicht ganz so geil, Okay, Jetzt haben wir hier schöne Packs gezogen, Und jetzt hat Leute, Einsammeln, Und jetzt soll es hier, Keine Probleme mehr geben, Wir ziehen einfach mal, Ich habe jetzt eh genug, Da machen wir kaum 500.000, Das muss aber jetzt echt reichen, Für den Spieler, So, Wo ist jetzt der 93er, Wir nehmen den hier, Wir können mal schauen, Ich möchte ihn eigentlich, Für 93 haben, Der wird der 93, Natürlich am besten, Und dann machen wir hier mal, Preis, Was machen wir denn da, Also für 400.000, Sollte schon was gehen, Oder Leute, Geht das für 400.000, Ist die Frage, Jawohl, 381.000, Guter Preis, Würde ich sagen, Und dann, Würde ich sagen, Such Lärmer, Ja, Ich habe jetzt den schon, Warte, Ich schaue gleich mal nach Lärmer, Und ich habe eine 120, Äh, Das Team, Es wird schon besser, Leute, Jetzt können wir schauen, Skill Boost, Wenn ich da Glück habe, Jawohl, Uh, Das kann ich auch noch schön hochpushen, Jawohl, Leute, Geil, Jetzt ist es natürlich schon heftig, Jetzt werde ich den mit dem Skill Boost, Relativ hochkriegen, So, Jetzt haben wir den quasi, Auf einer 8, Oh Leute, Das Team ist jetzt echt, Nicht mehr so ganz scheiße, Wobei, Schaffen wir auch eine 100, Ist die Frage, Ich such schnell Lärmer, Und da werden wir den Stream, Auch schon wieder beenden, War kurzer, Knapper Stream, Ist natürlich noch nicht der Hype, Wie zu meinen Hochzeiten, Lärmer, Ja, Achso, Jetzt habe ich den schon, Aber Leute, Wie gesagt, Das war es dann, Danke vom Marv Gaming, Dass du die ganze, Achso, Ja, Sorry, Dass die ganze Zeit dabei war, Treue Abonnent, Deswegen, Mich hat es gefreut, Wieder mal, Und dann, Servus, Wart, Ah, Warte, Ich muss schauen, Wo ich hier ausschalte, Au, Jetzt, All,